Musik Mein Name ist Dr. Dirk Mayer. Ich bin Biologe und im Speziellen bin ich Primatologe, das bedeutet Affenforscher. Mein Hauptinteresse galt während der Doktorarbeit den Primaten, im Speziellen halt indonesischen Primaten und unter anderem auf meinen Forschungsreisen habe ich auch die Makaken oder die Crested Makaks, Makaka Nigra, in Sulawesi besucht und dort auch Leute kennengelernt, die mit diesen Makaken arbeiten. Musik Es begab sich im April diesen Jahres 2016, da hat unser allseits geliebter Club in West-Berlin oder Ex-West-Berlin, das SO36, ihr tolles Buch herausgebracht über die Geschichte dieses sehr wichtigen Ladens in Berlin. Und dann bin ich da bei dieser Release-Party im ESSO und dann läuft mir dann auch tatsächlich noch der Johnny Bottrop über den Weg. Und da meinte ich, hey Johnny, guck mal hier, diesen Affen, den ihr auf eurem Cover habt, den kenne ich persönlich. Da hat er sich natürlich total totgelacht, aber ich habe auch ein bisschen Blut geleckt als Naturschützer und dachte mir, Mensch, da frage ich doch mal gleich nach bei den Kollegen, ob sie sich nicht für den Schutz von den sehr schwer bedrohten Tieren, den Makaka Nigras, einsetzen wollen. Und außerdem sehen die auch noch ziemlich cool aus mit ihrem Iroh. Na, richtig totgelacht hat er sich nicht oder das Lachen blieb ihm dann im Hals stecken, weil ihm dann bewusst einfiel, dass eigentlich Lizenzzahlungen, ob dieses Fotos von dem Affen, eigentlich noch gar nicht in die Richtung gelaufen sind. Musik Gut, also ja, vor kurzem habe ich die Gruppe besucht, auch sehr lustig übrigens, Naruto gehört zu den hochrangigen Männchen der Gruppe Rambo 1, wie sie genannt wird. Ja, und wie ich sie da halt besucht habe, haben die bestimmte Laute auch von sich gegeben, das sind zum Beispiel solche, das heißt dann so viel, wie habt ihr das Plattencover gesehen eigentlich. Und dann wird so geantwortet und so, und das heißt so, naja, wir haben aber noch nichts gekriegt. Naruto hat halt irgendwann diesen einen Kameramann, der da unterwegs war, seine Kamera geklaut und irgendwie dann so selber ein Selfie geschossen. Die Urheberrechte müssten eigentlich dann Naruto gehören und wie er mir auch berichtet hat, legt er darauf auch extremsten Wert. Er legt nicht nur darauf Wert, dass die Urheberrechte da sind, sondern er legt auch darauf Wert, dass wenn halt auch mit seinem Bild Geld verdient wird, dass da vielleicht auch für ihn und seine Gruppe und vor allen Dingen für den Nationalpark auch ein bisschen Geld abfällt. Musik Der Indonesier aus Sulawesi sagt, er ist alles, was fliegt und kein Flugzeug ist. Er ist alles, was auf dem Meer fährt und kein Schiff ist und alles, was auf dem Land fährt und kein Auto ist. Und so werden halt nicht nur die Makaken und andere Affen, sondern halt auch alles Mögliche an Wildlife dort weggefuttert. Nach wie vor traditionellerweise. Und das ist aber zur heutigen Zeit auch nicht mehr notwendig. Um halt dort anzusetzen, haben sich Organisationen auch zusammengetan, unter anderem auch das Makakenigra-Projekt, für das ich hier auch werbe. Und machen vor allen Dingen Aufklärungsarbeit an Schulen. Das ist sehr wichtig, gerade bei den Kindern anzusetzen, weil da kann man auch noch am allermeisten erreichen und die Kinder begeistern von der Natur. Musik Bei den Aktivitäten, die sie dort unternehmen, erreichen sie über 600 Kinder in den ganzen Gemeinden ringsherum um den Nationalpark. Sie leisten dort Aufklärungsarbeit und machen mit den Kindern auch spielerisch verschiedene Aktivitäten zum Naturschutz durch. Und das findet sehr, sehr großen Anklang schon seit Jahren. Und das ist auch gar nicht mal unbedingt so teuer, wenn man sich überlegt, was man damit eigentlich für einen Impact erzielt. Musik Also beispielsweise T-Shirts, die für die Kinder gedruckt werden, kosten sieben Euro. Nicht das Stück, sondern gleich ein ganzer Batzen. Man kann 40 Kinder mit einem Bus transportieren, dann direkt ins Gebiet, um denen die Affen zu zeigen. Diese Miete für so einen Bus kostet 60 Euro. Worauf ich abzielen will, ist, dass halt natürlich für diese Bildungsarbeit immer Geld benutzt ist. Und dass das halt auch sehr gut angelegt ist. So, ja, und bei der Gelegenheit, da hat mir dann der Johnny Bottrop schon diese CD, um die es ja eigentlich ging, übergeben. Und wie ich die so aufblätter, hat dieser Dilettant, was ich jetzt gar nicht unbedingt sehr negativ meine, aber mir hier so einen Batzen Kröten in Bar da reingelegt. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass das irgendwie hier in Bar bei mir ist. Das muss nämlich auf das Konto von Chances4Nature e.V. und zwar auf dieses Konto überwiesen werden. Und da ist es sicher und da ist das Konto, wo das Geld geparkt wird. Und von diesem Konto aus unterstützen wir dann halt auch die ganzen Naturbildungsprojekte dann in Indonesien und reichen das weiter an unsere Partner. Der Slogan von dem Naturschutzprojekt auf Indonesisch ist Belaja Dari Alam, Belboas Untuk Alam. Was heißt, lerne von der Natur und agiere für die Natur. Und in diesem Sinne unterstützt uns. Was heißt, lerne von der Natur und agiere für die Natur.